so der hans liegt unter dem auto oder war nicht also wenn ihr mal keinen bock habt auf die nächste mietserhöhung gebe ich euch einen tipp nehmt da euren vermieter packt den unter so ein verfebus und dann klatscht bumm hakepuff zu lachen so er sagt mir starke hände 30 28 können wir bauen ja müssen wir irgendwie bauen also schön wäre es wenn du jetzt hierbei bei mir auf die schwarze gehst ach gottchen ohne kuscheln da guckst du hin auf dem hebel da ja ich verstehe nach dem soll ich entspannt mit kümmer machen und der will jetzt weiter nach vorne so schön weit nach vorne ich mache ein gut drum wo drogen um den hebel ist quatsch also wenn dann um das ding hier dass du dann wirklich mit den händen ziehen kannst ja und jetzt und hier also da oben rin stellt man dazwischen also wenn du ziehst kann ich hier mit dem link ab und zwischen karosse und spannen sparen rolle aber du quetscht dabei doch die stil gegen den ringen und der bus darum die scheiße so zu entlassen dass er da runterkommt okay noch mal gucken vollkommen witzlos hätte ja sein können dass sie passen ja richtig die idee war gut aber das geht noch nicht mal an dieser leitung vorbei die wiederum was mit einer landlage zu tun hat ja so jetzt erreicht wie sind die größte Voll die Hinterhof-Mechaniker hier. Nichts Hinterhof. Stimmt, Vorderhaus. Auf der Bühne kannte jeder. Habe ich immer gesagt. Aber ich habe mir auch noch etwas gesagt. Meine Lehre beendet hatte. Habe ich mir in meiner eigenen Werkstatt, nee, keine Gewerkstatt, habe ich mir geschworen, die Straube nie wieder auf die Rücken lieb. Und, was haben wir hier? Für Mieter vor allem. Wir sind ja noch lange nicht. Ist doch scheiße, kann doch nicht gehen. Wird so alle zu hin? Meinen die so? Nicht doch. Der Gummi ist aber noch schick, oder? Da noch ablassen, hier noch. Den kannst du behalten. Ja, 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 nicht. Von Mieter ist ja simpel. Was denn dafür wollen die 500 Euro haben? Wir sind noch nicht rum, ne? In so einer Werkstatt bei VW nehmen die bestimmt noch. Wir sind noch nicht rum. Ja, das ist schon klar. Warte. 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 Halt, jetzt ist der hier oben raus. Der ist überall raus. Das ist nicht scheiße so. Von oben rein gucken, wäre auch nicht schlecht gewesen. Wir sind jetzt, oder? Vergiss ich. Also, ja, mal damit die Leute das auch mal sehen hier, wie so halt funktioniert. Ja, mach mal Tutorial hier. Wie man es nicht machen sollte. Hier seht ihr, wie man es nicht machen sollte. Ich muss ja für beide Möglichkeiten moderieren. Hier seht man, wie man es macht. Ja, dann möchte ich aber bitte schön auch... Wird ausgeblendet, wenn es nicht klappt. Du bist... Dreh von meiner Matschbirne haben. Oh, nee, bitte. Hey, hör auf, ey. Sag doch, du weißt ich. Ich mag das nicht. Ich mag das nicht. Ich mag das nicht. Ich weiß, was ich nicht mag. Das war wunderschön, das Ding entlastet haben. Jetzt ist Montierersen hier irgendwie von schief nach links. Und ich klauen muss jetzt mal diese Spannrolle wieder entspannen. Ja, warte doch. Mach ich. Hast du noch ein Montierersen? Nee, warte mal. Jetzt noch was. Äh, was lange. Äh. Nein, man kann nicht. Wenn man das zieht, muss jetzt zwischen Montierersen und deiner Achse. Mir gibt nur was lange. Was lange? Wo hin denn? Tja, meine Zweckentrennung, ja. Aber schön flach. Schön stein. Erstmal nicht bewegen, in die Augen. Nee, nicht mein Finger dazwischen. Das ist ungut. Na, soll ich da einen Grotow machen? Dann kann ich da von hier vorne ziehen. Das ist der Entlängste Jessen. Gut. Moin. Hi, grüß dich. Ich hab auch gerade hier vier Probleme. Wir haben alles gerade beschäftigt. Ja, aber nicht. Du ziehst mir jetzt bitte den da rüber. Ja, meine ich doch. Ja. Ja, doch. Riech doch drüber. Nee. Nee. Nicht du? Dann erst. Ja, dann mach was. Aber wir stellen die zwischendurch noch eine paar her. So, und jetzt zieh ich mir hier hier rüber. Jetzt ein paar davon. Ja, viel. Dankeschön. Oh. Jetzt passt noch gut, hat Luft. Ja, für YouTube. Wie man es nicht macht. Oder wie man es macht. Je nachdem, wie es ausgeht. Das geht so schon immer ganz gut. Weil an den scheiß Spanner kommst du ja so schlecht dran da hinten oben, ey. Naja. Doch, prima. Prima. Ja. Er tecknet es überhaupt nicht. Er zieht, bis der Ding hinter der Korose vorkommt und dann rein mit dem Hebel. Und schon hält er. So. Jetzt geh ich hier mal raus. Wieso? Du fühlst dich nicht heimisch. Heimisch. Mittlerweile. Willst du, wo ich mich heimisch spiele? Was hast du für ein Problem mit dem T4? Ach, grüß dich. Ähm, heim. Der hat was, was ich nicht habe. Und zwar, ähm, dieser Ölflansch, der am Motorblock dran ist, wo der Ölfüll darauf geschraubt ist. Der Öl, da musst du die Dichtung ausgetauscht werden. Und das sind zwei Schrauben, da kommst du so scheiße ran. Ich glaube, wo du jetzt scheiße ran kommst, ist das einzige Problem, was der T4 hat. Ich hab ein Synchron. Also zumindest dann offensichtlich die Böse. Noch schlimmer. Ja, eben. Oh, der hat ja noch. Aber schön, also schönes Auto hätte ich auch gerne hier genommen. Aber sind ja so scheiße teuer. Ja, ja. Ja, bitte. Aber hier. Neh mal Probleme. Ja, Zahnheben hat... Ja, das sieht aus, als läuft der Ruh. Denkste. Perfekt. Ja, ich meine, das ist eine Geräuschstimmung. Im Prinzip ist das nicht in Scheißer und Ballast. Haben wir früher nicht gebraucht, brauchen wir morgen auch nicht. Die Einzigen, die es wollen, sitzt der TÜV. Und bis sie wieder zum TÜV fest ist, ist durchgefault. Also im Prinzip kann man auch weglassen. Die Motorkühle tropft nicht gleich noch auf die Straße. Das ist Knochen-Trotten. Oh, das ist Knochen-Trotten. Wunderbar. Ne, irgendwas ist ja hier ausgelaufen. Das ist doch hier vorne. Kühlwasser sieht aus, oder? Kühlwasser. Genau, das sieht so ein bisschen rot aus. Das ist Kühlwasser, wie in der Welt. Das hat da irgendeine Macke. Auf dem Kühlwasser. Auf Frostschutz. Ja. Na, drück da halt raus bei richtig Druck. Und vielleicht ist es da ein bisschen raus. Die Schelle, da kannst du schon dran machen. Das sind diese VW-Schellen. Die haben wir vorhergehende Spannung. Weil es nur Klemmen sind. Aber wenn der Günder noch dran machen. Kannst du die fester schrauben. Ekkli sieht doch ganz manierlich aus. Arbeitende Menschen ziehen ja Zuschauer an, ne? Ganz gleich. Arbeit das schön. Was hat das Auto? Stundenlang könnte ich zugucken. Nichts mehr. Ist gesund. Kein gesund. Hatte leichte Magen verstunken. Hatte kore sonnen. Jetzt sinkt er nicht mehr. Was war das? Falsch verlegter Zahn. Kann man links rum um die Spannrolle wickeln? Rechts rum um die Spannrolle wickeln. Dann geht man nicht weiß, was er tut. Na, offensichtlich nicht, wenn es so beschrieben ist. Das ist ein häufiger Fehler, als was die Leute machen. Scheintet er sogar durchaus in Werkstätten vorzukommen. Und da zuletzt ja durch eine Werkstatt gemacht wurde. Wenn es auch gleich eine Wald- und Wiesenwerkstatt ist. Gewiesen war. Offensichtlich weiß nicht jeder ganz genau Bescheid, wie es läuft. Ich glaube, es ist gut. Steht. Hier trieb mal andersrum. Lässt sich auch wunderbar verlegen. Dann ist der Punkt. Steht auch im Internet. Hab ich jetzt gelesen. Wenn ich hier steht, sagen wir es. Das steht aber drin. Weil, wenn man die verkehrt rum einbaut, an der Stelle, dann ist er nicht so doll gespannt. Wenn man quietscht das. Das ist aber locker. Wenn man das einbaut, macht man das nicht mehr Spaß. Das ist für noch mehr Spannung. Wieder was hier lernt. Ganz genau. Super. Heucht! Er quietscht nicht mehr. Fantastisch. Multusympatico. Wunderbar. Kannst du stehen bleiben. Er sinkt nicht mehr. Der Tänzlein sinkt nicht mehr. Achtung. Oder aus dem Rundfahrt. Die haben auch einen Lenker. Der Tommi hat sich ein ziemlich anstrengendes Auto gekauft.